Ja, Christian, wie kann ich aus 100.000 Euro machen? Okay, das sind jetzt keine Euro, sondern D-Mark und Inflationsgeld. Aber die Frage habe ich vor sechs Monaten von einer 17-Jährigen gestellt bekommen und musste so ein bisschen schmunzeln, weil aus 100 Euro 1.000 Euro machen und das am besten in einem halben Jahr und das mit, ich sage mal, so wenig wie möglich Risiko, das ist ja jetzt nicht möglich. Aber das zeigt so ein bisschen, wie die Erwartungen sind und ich habe gedacht, Mensch, das sind die Erwartungen der Jugend. Aber seitdem ich jetzt hier die YouTube-Videos mache, kriege ich auch oft die Frage, wie kann ich wirklich schnell reich werden? Wir wissen, dass schnell reich werden auch immer mit hohem Risiko verbunden ist. Ich sage jetzt nur Juicy Fields und die Hochrisiko-Investitionen. Aber es ist auch möglich, ich sage mal, normal reich zu werden. Also ich bin immer so ein Freund reich werden für Normalos, weil ich bin ja auch ein Normalo und löbe jetzt die frugale finanzielle Freiheit. Ich verlinke es dir mal hier oben. Und deswegen habe ich dir heute mal meine Reichwert-Top-3-Tipps mitgebracht für normale Menschen, also für Menschen, für Mann, für nebenan, um es mal so auszudrücken. Und die sind so, wenn du jetzt mich fragst aus meinen ganzen Jahren Erfahrungen, welche drei Tipps würdest du mir geben, um, ich sage mal, mittel- oder langfristig reich zu werden, um das auch so umsetzen zu können, dass es für jedermann möglich ist. Und wenn du genau wissen willst, was das für Dinge sind und vielleicht ein bisschen überrascht werden willst, dann würde ich sagen, dann ist dieses Video genau das Richtige. Und wir sehen uns nach dem Intro. Ja, willkommen zurück, wenn so Themen wie Sparen, Investieren, finanzielle Freiheit, also ich sage mal so schön Themen, die der Cash in den Tisch bringen, wenn das genau dein Ding ist oder du, ich sage mal, mit normalen Mitteln über normale Zeit auch reicher werden willst oder vielleicht in Richtung finanzielle Freiheit gehen willst, dann, falls sie schon geschehen lassen, Abo da und ich würde sagen, wir gehen direkt in die Thematik. Und zwar habe ich heute mal drei Punkte mitgebracht, wo ich sage, das sind sehr wichtige Punkte, wie du normal reich werden kannst. Normal reich bedeutet jetzt nicht irgendwelche überzogenen Versprechen, so nach dem Motto, dreimal schlafen reich bist du oder mache dies und du hast zehnmal so viel als investiert. Also wirklich so, wie es jeder normale Mensch machen kann. Und das sind drei Punkte, die, ich sage mal, zu leichtfertig gesehen werden und ich fange ohne zu viel zu quatschen gleich mit dem ersten Punkt an und der erste Punkt ist nämlich, die Kontrolle über die Finanzen zu haben. Also Menschen sind ja so sehr detailverliebt und ich habe es ja selber jetzt bei mir gesehen, ich hatte eine Reise gebucht und da wird geguckt, wo geht es hin, was kostet die Reise, wo kann ich sparen, wie viel kostet es insgesamt. Also es wird so richtig buchgeführt, aber wenn ich jetzt, ich sage mal, Menschen frage, Mensch, wie sieht es denn aus mit deinen Finanzen, dann kommen immer sehr viele Fragezeichen und das ist die absolute Grundlage, um, ich sage mal, sein Geld zu vermehren, es erstmal unter Kontrolle zu haben, egal wie wenig es ist, egal wie viele Schulden es sind, aber du brauchst im Grunde genommen verschiedene Zahlen griffbereit und auch ein Feeling dafür. Also wenn ich dich jetzt frage, wie viel Vermögen hast du, müsstest du sagen können, ich habe insgesamt so viel Vermögen oder wie viel Rendite bringt das. Viele Menschen haben jetzt schon ein gewisses Vermögen angehäuft und kriegen vielleicht ein bisschen Zinsen oder durchmieten was, aber sie können nicht sagen, wie viel Prozent Rendite es bringt und das ist ja wichtig, weil du kannst ja später an der Renditestellschraube auch noch schrauben. Und ein weiter wichtiger Punkt, den du kennen musst bei der Kontrolle über deine Finanzen, sind deine Einnahmen jeden Monat und deine Ausgaben. Also ich sage mal so, dieses klassische Haushaltsbuch, es muss nicht komplex geführt werden, das kann man dann später im Detail machen, aber da ein Feeling zu haben, das fehlt vielen Menschen auch. Und was auch fehlt, ich sage mal bei der Kontrolle über die Finanzen, ist es wirklich so ein bisschen zu wissen, wie läuft der nächste Monat ab. Also wirklich zu sagen, diese Kosten kommen auf mich zu, diese Einnahmen kommen auf mich zu, um dann vielleicht schon als Vorschau so ein bisschen so ein Budget zu haben, zu sagen, Mensch, nächsten Monat wird es ein knapper Monat, weil da kommen die Versicherungen. Klar, viele wissen das so aus dem Gefühl, die sagen, Mensch, im Januar kommen viele Versicherungen oder im Mai oder Juni kommen meine Jahresabrechnung von Gas oder Strom. Aber da schon mal ein bisschen vorbereitet zu sein, ist ein richtig wichtiger Punkt. Und was ich auch immer empfehlen kann, ist so eine Art, zum Jahresbeginn, so eine Art Jahresplan zu machen, wann gebe ich wie viel aus, in welchen Monaten habe ich große Ausgaben, dass man so eine grobe Übersicht schon mal hat, wie das Jahr verläuft. Und das sind so, ich sage mal, elementare Punkte, die, ich sage mal, in den Punkt 1 reinspielen, und zwar die Kontrolle über die Finanzen haben. Und wenn du mich fragst, was ein wichtiger Punkt ist, ist es genau der zweite Punkt. Und da haben viele so ein bisschen Angst davor. Also das ist total krass, hatte ich am Anfang auch, aber je länger ich jetzt hier dabei bin, desto weniger Angst habe ich. Und zwar der zweite Punkt ist, jeden Cent arbeiten zu lassen. Jeden Cent bedeutet, du hast ja irgendwann mal Geld auf dem Konto, vielleicht ein Vermögen angehäuft, vielleicht ein Sparbuch oder eine Lebensverträgerung oder was auch immer. Also die meisten haben ja wirklich Rücklagen. und da einfach zu sagen, pass auf, ich baue mir jetzt einen Puffer auf von sechs Monatsgehältern oder sechs Monate, was ich an Ausgaben habe. Und wenn ich den erreicht habe, wird alles andere Geld zum Arbeiten geschickt. Also richtig, Geld macht nicht Arbeiten und verdiene mehr. Und da ist es auch egal, wohin, Hauptsache es arbeitet. Das ist erstmal der wichtigste Punkt, weil nichts ist schlimmer als Geld liegen zu lassen. Wir wissen es ja durch Inflation, Deflation, Stagflation, was es da nicht alles gibt. Ich verlinke dir mal noch ein altes Video von mir hier oben. Ja, verliert das Geld an Wert. Und wenn du ein Geld normal arbeiten lässt, zu normalen Renditen, sage ich mal, über eine längere Zeit von 30 Jahren, dann kannst du immer so Pima-Daumen sagen, aus jedem Euro wären sechs Euro. Das klingt jetzt erstmal verrückt, aber wenn du das in den Zinssitzrechner eingibst, kommst du da auf die Werte und dann kannst du dir ja sagen, Mensch, pass auf, wenn ich jetzt hier meine sechs Monatsgehälter im Petto habe und ich habe jetzt 1.000 Euro jetzt übrig, wenn ich die arbeiten lasse, sind das später 6.000 Euro. Und mit dieser Denke sollte jeder Cent, ich sage mal, über deinen Puffer für dich arbeiten. Am Anfang, klar, vielleicht ein bisschen in ETFs, das ist nie verkehrt. Später dann auch gerne in Aktien, Immobilien und wie auch immer, dass da Rendite kommen oder Mieteinnahmen. Und was auch immer vergessen wird, da muss ich auch immer schmunzeln, ich sage immer, steck dein Geld in Immobilien und dann kommt immer so, Immobilien sind zu teuer. Ja, es muss ja kein Haus und keine Wohnung sein. Du kannst ja auch, ich sage mal, eine Garage oder eine Stellfläche oder einen Lagerraum dir kaufen und den dann vermieten. Das bringt auch Rendite. Ich sage mal, man muss ja nicht gleich mit einem Wolkenkratzer oder mit einer Villa anfangen. Und ja, so diese kleinen Sachen sind sehr wichtig. Und wenn das Ganze dann läuft, also ich sage mal, wenn du dann wirklich Rendite kriegst aus den Cents, die du arbeiten lässt oder den Euro oder die Tausenden Euro, dann kannst du davon auch, ich sage mal, 10 bis 20 Prozent der Gewinne nehmen und in Anlagen stecken, die einen höheren Gewinn versprechen, aber auch ein höheres Risiko haben. Also erst dann ist es auch, ich glaube, richtig, ich sage mal, in risikoreiche Anlagen zu investieren. Fakt ist, Punkt 2, jeden Cent arbeiten lassen. Und Punkt 3, den ich dir mitgeben möchte, ist, oh, der tut richtig weh. Also der hat mir am Anfang richtig weh getan, aber der heißt, sich bezahlen zu lassen oder vielleicht so in Stundenlohn zu denken, weil jeder geht auf dieser Welt arbeiten, also die meisten, sage ich jetzt mal, und du kriegst einen gewissen Stundenlohn. Und das ist der Lohn, wo du dann quasi für eine Stunde Arbeit kriegst, meinetwegen 20 Euro raus. Und das ist erst mal dein Mindestwert, den du haben möchtest. Und das darfst du nicht vergessen in zweierlei Hinsicht. Hinsicht Nummer 1 ist, wenn du, ich sage mal, anderen Menschen hilfst, außer deinen engsten Freunden, also so ferne Verwandte und Bekannte, sei mutig und sag ganz einfach, klar, ich helfe dir beim Umzug, Stunde 20 Euro. Also das klingt jetzt erst mal wirklich egoistisch und das tut weh. Und das ist ungewohnt für viele, aber im Grunde genommen, wenn es umgekehrt ist, wenn du dann Hilfe brauchst, bist du ja auch bereit, diese ja auch zu bezahlen. Und ich sage mal so, das hält dir auch ein bisschen Trash ab. Ich habe früher ein bisschen fotografiert und habe da auch, ich sage mal, viele kleine Fotodienste gemacht. Und meistens habe ich gesagt, ach, für ein paar Cent oder mach das einfach mal. Und ich habe dann aber wirklich irgendwann mal erkannt, zu sagen, pass auf, egal, was ich jetzt fotografiere, wenn ich da zwei Stunden brauche, möchte ich mindestens 40 Euro, weil die zwei Stunden könnte ich auch arbeiten gehen und würde das dann verdienen. Also in dem Moment, wo es jetzt kein Hobby und jetzt nicht für den engsten Verwandten ist, soll man in dieser Hinsicht denken. Und die zweite Sache in den Stundenlohndenken ist, wenn du sparst, denke immer an deinen Stundenlohn. Das heißt, ein gutes Beispiel ist an der Stelle, einigen Menschen sehen an der Tankstelle meinetwegen, dass es ein paar Cent preiswerter ist. Fahren hin und zurück und es lohnt sich auch. Aber die Hin- und Rückfahrt dauert dann meinetwegen auch 20 Minuten. Kann ja passieren. Und das macht beim Stundenlohn, ich sage mal, in den du denkst, in unserem Beispiel jetzt, auch 6,66 Euro. Und die 6,66 Euro bist du dir quasi in den 20 Minuten wert. Und wenn du dann in den 20 Minuten, die du dann billiger Sprit fahren, tanken fährst, keine 6,66 Euro sparst, dann lass es einfach sein. Weil im Endeffekt ist dieser Selbstwert oder dieses Selbstbezahlen lassen ein wichtiges Element, um auch, ich sage mal, deine Arbeitskraft oder deine Power zu vergüten, um das mal so auszudrücken. Und das ist wichtig, weil es wird viel zu viel, ich sage mal, verschenkt. Ich bin auch gerne bereit dafür, auch Geld zu bezahlen, wenn ich jetzt Hilfe bekomme. Und genauso möchte ich auch Geld haben, wenn ich Hilfe gebe. Und ja, das ist ein wichtiger Punkt. Und diese drei Punkte, Kontrolle über die Finanzen haben, wichtiger Punkt, jeden Cent, ich sage mal, über den Puffer arbeiten zu lassen und so ein bisschen den eigenen Selbstgeldwert zu haben. Wenn du das so ein bisschen über längere Zeit, ich sage mal, durchziehst, um das mal so auszudrücken, dann wird auf jeden Fall dein Vermögen größer und du wirst reicher. Und gerade wenn du dann, ich sage mal, ein bisschen reicher wirst oder mehr Vermögen aufbaust, dann hast du auch wieder mehr, was investiert ist, was auch mehr arbeiten kann. Und dann hast du den berühmt-berüchtigten Schneeball, der immer größer und schneller läuft. Und dann kann es auch ein Normalo schaffen, also so wie du und ich, ich kam ja aus dem Niedriglohnbereich, doch über eine gewisse Zeit ein beachtliches Vermögen aufzubauen. Klar, das kann ich jetzt so als Bonuspunkt anführen, das habe ich jetzt hier auch noch auf der Liste stehen. Einnahmen erhöhen gehört dazu. Also einfach mal schauen, Lohnerhöhung, Nebenjob, Mehrwerte anbieten. Und was natürlich auch wichtig ist, ich sage mal, in manchen Fällen auch die Ansprüche, niedriger Schrauben, kleineren Wohnflächen, kleineres Auto oder nur das Kaufen, was man regelmäßig braucht, das gehört auch dazu. Aber ich glaube, diese Tipps, die bekommst du überall. Und das ist schon fast selbstverständlich, um dann später mehr Geld auf der Kante zu haben. Und gerade in diesen Zeiten, ich sage mal, wo alles ein bisschen knapper ist, wo die Gaspreise ein bisschen höher werden, ich verlinke dir auch nochmal ein Video hier oben, ist es nicht verkehrt, diese drei, ich sage mal, Hauptpunkte, ja, langfristig durchzuziehen. Also du wirst jetzt nicht, das kann ich dir versprechen, durch die Kontrolle über die Finanzen, jeden Cent arbeiten lassen und sie selbst bezahlen werden, bezahlen lassen, wirst du nicht nächstes Jahr reich sein. Aber wenn du das über eine längere Zeit durchziehst, dann ist es so, dann sammelt sich das Geld und du kannst dann später doch mit einem gewissen Puffer oder mit einer gewissen Rücklage in die Rente gehen. Und genau das wünsche ich jedem, ja, der hier zuschaut oder jedem, der hier auch nicht zuschaut, um es mal so auszudrücken. Ja, und das war es ganz kurz, meine Top 3 Punkte, worauf du achten sollst, um normal reich zu werden. Und du kannst ja gerne mal einen Kommentar schreiben, wie du das findest. Oder ob du vielleicht noch ein, zwei Punkte hast, wo du sagst, Mensch, Korsan, wenn du das eine Weile durchziehst, wirst du auf Dauer auch reich oder genießt eine gewisse finanzielle Freiheit oder Sicherheit. Bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video und da gibt es nämlich ein ganz anderes Thema. Sei gespannt. Bis dann. Ciao. Ja, und der wichtigste Punkt, um eine gewisse finanzielle Sicherheit zu genießen oder in die finanzielle Freiheit zu kommen, ist erst mal ins Tun zu kommen. Und ich muss dir jetzt mal was erzählen. Ich habe schon einige, ich sage mal, ja, Beratungen oder Gespräche gehabt, wo die, ich sage mal, Klienten, nenne ich sie jetzt mal, vom Wissen her mich auf halber Strecke abgehangen haben. Also die haben ein theoretisches Wissen gehabt. Da konntest du Bibliotheken füllen, was die Finanzen angeht, aber sind nicht ins Tun gekommen. Also da musste ich auch mit dem Kopf schütteln. Und das ist natürlich auch schade. Und einige Zuschauer wissen ja schon bereits, ich arbeite so ein bisschen an dem Coaching. Also um genau diesen Punkt, ja, zu kitten, um die Leute ins Tun zu kriegen, um dich vielleicht ins Tun zu bekommen, um, ja, eine finanzielle sichere Zukunft aufzubauen. Also so ein bisschen, ich sage mal, ein einfaches Finanzcoaching von einem normalen Menschen für einen normalen Menschen. Also so wie dieser Beitrag hier im Grunde genommen. Ich habe jetzt ein paar normale Sachen erzählt, die jeder nachmachen kann. Und dieses Finanzcoaching ist jetzt nicht dafür da, dass du steinreich wirst, aber dass du deine Finanzen unter Kontrolle hast und vielleicht später eine gute Rente und mit ein bisschen Glück oder Durchhaltekraft auch, ich sage mal, in Richtung finanzielle Freiheit kommst. Oder aus deinen Erfahrungen, die du dann machst, wenn du überhaupt angefangen hast, ja, dann größere Schritte machst und dann vielleicht doch die finanzielle Freiheit erreichst. Und ich suche jetzt so ein paar Testkandidaten. Also Testkandidaten, die sagen, Mensch, Christian, wenn dein Coaching das Konzept steht, würde ich mich gerne hergeben und den Test durchführen und, ich sage mal, von deinen Erfahrungen partizipieren oder von deinem Wissen, ja, ein bisschen zerren. Und wer Lust hat, ich sage mal, in den ersten Testcoachings dabei zu sein, einfach so, einfach, ich stelle dir mal die E-Mail-Adresse unten ein, kurze Mail an mich schreiben, ich will dabei sein. Ich muss gleich vorneweg sagen, es wird jetzt nicht kostenfrei sein, da bin ich gleich ganz ehrlich. Es wird einen schmalen Betrag kosten, aber im Grunde genommen, durch dieses Coaching und durch diese Punkte, die ich dir dann mitgebe, wirst du diesen Betrag sehr schnell wieder raus haben in deiner finanziellen Planung oder in deiner finanziellen Freiheit. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn du sagst, Mensch, Christian, ich will mal wissen, was du zu meiner finanziellen Situation sagst oder welche Tipps du mir gibst oder welchen Plan du für mich aufbaust, also es geht bis hin zu einem Lebensplan aufbauen, dann einfach kurze E-Mail an die Adresse und dann sehen wir uns beide im Videocall wieder und dann bin ich gespannt, was du von mir lernen kannst und was ich von dir lernen kann, bin ich ganz ehrlich. Judi, das war's für heute. Genug der Werbung. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.